Hallo, mein Name ist Sabine Carola Palke. Heute lese ich was aus spannender Leichtigkeit vor, und zwar ein Chat zwischen Dennis und Lara. Dennis schreibt, ich finde das einfach doof. Bei mir läuft ein Muster. Es geht in all meinen bisherigen tiefen Verbindungen immer auf die gleiche Weise ab. Frauen machen mir den Mund wässrig. Ich freue mich, dass ich in den Kuchen beißen kann. Und schwupps ist er weg. Könnte man gut filmen. Lara schreibt, ja, das könnte man gut verfilmen. Dennis tippt weiter. Die erste gab mir das Rezept und war dann weg. Die zweite holte alle Zutaten und das Formblech und war dann weg. Nummer drei hat den Kuchen sogar gebacken. Ich habe ihn schon fertig im Backofen gesehen und war dann weg. Und nun habe ich sogar den Kuchen präsentiert bekommen und in dem Moment, wo ich reinbeißen will, ist er weg. Lara antwortet, tja, ich hatte mal einen Traum und in dem wurde mir ein Kuchenblech in der Form eines Herzens gezeigt. Eine Stimme sagte, Lara, du musst erst mal dein eigenes Herz vorm Kuchenblech füllen und backen. Aber Dennis, ich sage gar nichts mehr. Ich frage mich, ob das Rezept, welches du von der ersten bekamst, wirklich dein Rezept war. Ich frage mich, ob das Rezept war.